Ja, hallo, meine Lieben, und zwar mache ich jetzt ein paar Büchervideos, solange es sich wieder bohrt. Und zwar habe ich hier Magie im Mittelalter von Richard K. Käfer. Das ist so eine Hexengeschichte mit Exorzismus, dämonischer Art, Liebessauber. Das ist von 1990. Und hier sind auch kleine Notizen drin, was ich selber immer irgendwie gut finde. Ich bin aber neugierig, was die anderen sich so alles ausgesucht haben. Ich habe dieses Buch jetzt noch nicht gelesen, aber ich schaue mir auch immer gerne die Meinung anderer an, vom Mittelalter. Es ist, ja, wissenschaftlich aufgeführt. Es sind eher mehr so die Hinterfragungen all dieser Sachen. Ich weiß nicht, ob man das noch kaufen kann. Ich wollte es euch trotzdem mal zeigen, ein Buch. Nicht direkt über die Geschichte, sondern einfach Leute, die sich wissenschaftlich Gedanken darüber gemacht haben. Einfach so. Ja, das zu diesem Buch. Bis demnächst.